Hallo. Wir sitzen neben einer Lampe, damit man uns sieht. Ich habe nicht so viel getrunken, aber ich glaube, Markus, was hattest du? Er weiß es nicht mehr. Es waren zumindest zwei große Tequila Sunrise, Cuba Libre, sehr starken, ja, das reicht. Und jetzt haben wir noch ein bisschen getanzt und die Kinder sind jetzt schon weg. Zum Mitteln sind wir vor. Also, wir müssen uns beeilen. Tschüss.